Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es in diesem Video darum, dass wir den Gewinner des Neujahrs GWW ziehen. Zwar war da ja noch eine AK Vulka zu gewinnen. Ich zeig sie euch noch voll kurz. Da ist das kurze Stück. Das ist der Preis von dem Giveaway, was heute ja aufgelöst wird. Und zwar war ja das ganze wie gesagt über Clean. Da werden wir jetzt den Gewinner ziehen. Und zwar ist es der, es ladet. Es ladet es doch immer. Es ist der Jan. Jan hat gewonnen, indem er sich Matchmaking Highlights 25 angesehen hat. Und zwar war das am 26. 26.12. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Entry 327. Somit Glückwunsch an dich. Du hast die AK Vulkan gewonnen. Ich werde dich dann auf Gmx bzw. ich werde dir eine E-Mail schreiben. Und so weiter und so fort. Gut, für die Leute, die halt jetzt nicht gewonnen haben, nein, seid nicht mehr. Es wird noch weitere GWS kommen jetzt im Laufe der Zeit. Mal schauen, was das Neujahr bringt. Ansonsten, ja über den Daumen nach oben würde ich mich natürlich trotzdem freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was man noch so an Skins oder bzw. was ihr, wie soll ich das jetzt sagen, was wären interessante Skins für GWS. Zwar jetzt nicht so eine überkrasse State Track Hall oder so Sachen, aber so kleinere Preise könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht inspiriert ihr mich ja dann für das nächste giveaway. Ansonsten, ja über ein Abo würde ich mich auch freuen und dann würde ich auch gleich wieder sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Mann, ich verlaube mich gerade nur komplett. Tschüss. Tschüss.